Und dann hat die eiserne Jungfrau zu mir gesagt. Den Rest konnte sie nicht hören. Christa hielt einen Moment ganz still, dann richtete sie sich auf, zog die Strumpfhose hoch, strich Unterrock und Rock glatt und drückte die Spülung. Die Stimmen im Vorraum verstummten. Als sie die Toilettentür öffnete, sah sie gerade noch, wie zwei junge Frauen dicht aneinander gedrängt aus dem Raum huschten. Christa wusch sich die Hände und trocknete sie methodisch ab, jeden Finger einzeln. Von diesen Heißluft-Handtrocknern, die vor kurzem installiert worden waren, hielt sie gar nichts. Sie kontrollierte ihr Bild im Spiegel. Sie trug ein metallfarbenes Kostüm und eine klein gemusterte Seidenbluse mit passendem Schal. Die Sachen waren neu und teuer. Christa hatte durchaus Sinn für modische Kleidung. Sie hatte auch lange genug darauf verzichten müssen. Aber irgendwie wirkte an ihr alles gleich viel strenger und freudloser als auf dem Bügel. Genauso war es mit ihrem Haar, dass sie einmal im Monat von einem bekannten Friseur nachschneiden ließ. Der Friseur war so berühmt, dass er noch öfter als seine Kundinnen in den Klatschbalten auftauchte. Alle schönen und reichen Frauen der Stadt gingen zu ihm. Sie nannten ihn einen Zauberer, einen Künstler und luden ihn sogar zu ihren Partys ein. Doch Christa schien es einfach nicht zu gelingen, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Und so saß sie einmal im Monat ganz still inmitten des aufgeregten Summens, während der Meister missmutig ihr graues Haar zu einem Eisenhelm zurechtstutzte. Christa fuhr sich versuchshalber mit der Hand durch die Haare, aber die Strähnen fielen genau dorthin zurück, wo sie hingehörten. Eiserne Jungfrau. Wie originell. Und eisern stimmte nicht einmal. Christa war schüchtern. Natürlich ließ sie sich das nicht anmerken und schon gar nicht in der Firma, aber es war so. Nur deshalb war sie auf der mittleren Führungsebene stecken geblieben, wo es höchstens interne Sitzungen und ab und zu ein Mittagessen gab. Keine Reden auf Kongressen. Keine Reisen in fremde Städte. Keine Diners, bei denen so viel Geld verschoben und trotzdem so viel getrunken wurde. Christa war einer der ersten Frauen gewesen, die die Firma eingestellt hatte. Als Schreibhilfe in einem riesigen Büro mit anderen jungen Frauen. Es war eine langweilige und ermüdende Arbeit. Die Frauen wechselten oft. Die meisten heirateten. Aber das kam für Christa nicht in Frage. Sie war aufgestiegen, langsam, mühsam, aber unaufhaltsam. Damals war es von Vorteil, nicht allzu hübsch oder kokett zu sein. Christa war keines von beiden. Da sie für den Empfang nicht in Frage kam, von dem aus kein Weg weiterführte, jedenfalls nicht für die Angestellten, war sie erst einmal Sekretärin geworden. An ihrem ersten Arbeitstag in ihrem ersten eigenen winzigen Büro, eigentlich mehr ein Vorzimmer, hatte sie sich einen Plan gemacht. Stufe für Stufe für Stufe hatte sie eingezeichnet und wie sie sie erreichen wollte und wann, in verschiedenen Farben. Der Plan lag in einem Klarsichtmäppchen, immer noch in ihrem Schreibtisch, Schritt für Schritt abgehakt und durchgestrichen. Seit ein paar Jahren hatte sie die Position, die sie für sich vorgesehen hatte. Sie hatte es geschafft, doch sie erlaubte sich deswegen noch lange nicht, sich zurückzulehnen. Das wäre gefährlich gewesen. Sie arbeitete weiter hart und gab sich keine Blöße. Niemals. Nur ganz selten fragte sie sich, warum sie das alles machte. Vor allem seit ihre Mutter gestorben war. Aber der Gedanke war unheimlich. Sie schob ihn schnell beiseite. Immerhin hatte sie Kurt. Das durfte sie nicht vergessen. Ohne ihn hätte sie die letzten Jahre wohl nicht durchgestanden. Keine andere Frau hatte es so weit gebracht. Nicht in dieser Firma. Aber die Zeiten änderten sich. Heute sah sie junge Frauen scheinbar mühelos Karriere machen. Und zwar durchaus die Hübschen, die Koketten. Gerade die. Sie schienen überhaupt nicht zu wissen, was Verzicht bedeutete. Oder dass das Leben ein Kampf war. Vielleicht war es das für sie auch nicht. Christas Leben war ein einziger Kampf. Sie hasste diese jungen Frauen, denen alles so leicht fiel. Manche hatten sogar Männer zu Hause, die abends für sie kochten. Christa merkte am Schmerz des leichten Muskelkrampfes, wie sie fest ihre Kiefer aufeinander gepresst hatte. Langsam öffnete sie den Mund und streckte gewissenhaft die Zunge heraus. Der Krampf löste sich. Christa verließ die Firma als letzte. Bevor sie ging, brachte sie noch ein paar Dossiers auf den Pulten dieser jungen Aufsteigerinnen durcheinander. Ließ hier eine Akte verschwinden und da ein Computerprogramm abstürzen. Allzu leicht sollten sie es nicht haben. Als sie die Wohnungstür aufschloss, schlug ihr ein abgestandener, fauliger Geruch entgegen. Als ob hier eine Tote lebte. Sie öffnete das Fenster. Die Wohnung gehörte ihr. Sie lag im elften Stockwerk eines luxuriösen Hochhauses, war hell und großzügig und modern und gehörte ihr. Sie hatte sie nach dem Tod ihrer Mutter vor fünf Jahren gekauft. Irgendetwas musste sie mit dem Geld ja machen, das sich auf der Bank angehäuft hatte. Die ganzen Jahre hatte sie gut verdient und kaum etwas ausgegeben. Wie sollte sie auch? Sie hatte mit ihrer Mutter in einem kleinen Häuschen am Stadtrand gelebt. Ihre Mutter hatte an mutibler Sklerose gelitten. Die Tagesschwester, die Gehhilfen, den Bügel am Bett und die Griffe in der Dusche sogar die Gummiunterlagen hatte die Krankenkasse bezahlt. Krista war abends niemals ausgegangen. Sie konnte ihre Mutter nicht allein lassen. Aber das hatte sie nicht gestört. Sie hatte immer gewusst, dass ihr wirkliches Leben erst später beginnen würde. Deshalb hätte es auch keinen Sinn gehabt, sich vorher schon etwas zu leisten. Neue Kleider etwa, teures Essen oder ein Plattenspieler. Sie ertrug die Abende geduldig und gut gelaunt und dachte dabei an später. Nach dem Tod ihrer Mutter hatte sie das Haus und die Möbel und alles verkauft. Sie wollte nichts davon behalten. Sogar die Fotos hatte sie weggeworfen. Sie wollte sich gar nicht mehr an diese Zeit erinnern. Sie hatte die moderne Wohnung in der Innenstadt gekauft und ganz neu eingerichtet. Und trotzdem war alles ganz anders gekommen. Ihr Leben hatte sich kaum verändert. Sie saß abends zu Hause und hörte Platten oder las Bücher. Ihre Mutter hatte wenigstens ab und zu eine Bemerkung zum Essen gemacht. Es war ihr aufgefallen, ob Christa schlecht gelaunt war oder eine andere Bluse trug. Und sie hatte ihr zugehört, wenn sie vom Büro erzählte. Nach ihrem Tod war Christa ganz allein mit ihren modernen Möbeln, den teuren Kleidern und dem Funkelnagel neuen Schallplatten und wartete darauf, dass etwas passierte. Bevor sie Kurt kennengelernt hatte, war sie einigermaßen verzweifelt gewesen. Sie sah sich um. Die Wohnung war peinlich sauber und aufgeräumt. Bis auf den Blumenstrauß auf dem Tisch könnte sie gut als Demonstrationsappartement durchgehen. Christa hatte immer frische Blumen in der Wohnung. Der Garten fehlte ihr. Das war wahr. Christa trug die Blumenvase in die Küche, um das Wasser zu wechseln und die Stiele nachzuschneiden. Als sie das grünliche Wasser ausleerte, wurde der faulige Geruch beinahe unerträglich. Daher kam es also. Christa schenkte sich ein Glas Weißwein ein. Sie musste vergessen haben, das Wasser zu wechseln. Und zwar mehrere Tage lang. Sie konnte sich nicht vorstellen, wie das passieren konnte. Andererseits war sie erleichtert, dass der unangenehme Geruch eine genau bestimmbare Ursache hatte, die außerdem ganz einfach zu beseitigen war. Sie füllte die Vase neu und trieb mit einem sauber gefalteten Lappen die Wasserspritzer von der Chromstahlfläche. Zweites Glas. Sie packte ihre Einkaufstasche aus. Eine Handvoll Jakobsmuscheln, Wildreis, ein bisschen Spinat, dazu ein kleiner Salat mit diesem teuren neuen Essig angemacht und zum Nachtisch vielleicht ein Zitronenschäumchen. Christa war sehr streng mit sich selber, wenn es ums Essen ging. Sie wusste, wie groß die Versuchung war, abends etwas Vorgekochtes aus einem Plastikgeschirr zu löffeln und dabei fernzusehen. Es wäre so einfach, dem nachzugeben und so praktisch. Doch das wäre nur der Anfang. Sie würde sich komplett gehen lassen. Das durfte nicht geschehen. Christa kochte jeden Abend drei Gänge für sich ganz allein, deckte den Tisch im Zimmer mit Leinenserviette und Kerze und Salz- und Pfefferstreuer aus Stirlingsilbe. Drittes Glas Trinken war an sich erlaubt, solange der Wein wirklich gut war. Dann machte es auch nichts, wenn es einmal ein bisschen viel war. Eine Flasche Weißwein war doch nicht viel, oder? Meistens blieb es allerdings nicht bei einer. Kurt trank Bier, daran lag es. Er trank es direkt aus der Dose. Das ging natürlich schneller. Und da sie nicht allein trinken lassen wollte, musste sie schon bald die zweite Flasche öffnen. Gut, sie hatte früher schon getrunken, aber sie war damit besser fertig geworden. In letzter Zeit hatte sie morgens manchmal das Gefühl, ihr Kopf sei zu schwer und schwanke, gefährlich auf ihrem dünnen Hals. Sie stand immer schon um halb sechs auf. Sie bügelte die Kleider auf, die sie am Vorabend zurechtgelegt hatte, wusch sich die Haare, föhnte ihren Helm zurecht und spülte das Frühstücksgeschirr. Dann setzte sie sich hin und schrieb eine Liste von Dingen, die sie nicht vergessen durfte. Sie brauchte diese Zeit am Morgen, um den Tag in Angriff nehmen zu können. Ehrlich gesagt war sie früher auch nicht zu spät ins Bett gegangen. Unwillkürlich warf sie einen Blick aus dem Fenster. Kurt wohnte in dem anderen Hochhaus, gleich gegenüber. Seine Fenster waren noch dunkel. Er kam meistens nach dem Essen, um neun, halb zehn. Und dann konnte sie doch nicht gleich ins Bett gehen, oder? Das wäre nicht höflich gewesen. Sie dämpfte das Licht. Auf dem Fensterbrett standen ein paar Kerzen mit zitternden Flammen. Sie hatte den schweren Ledersessel ans Fenster gerückt und eine Wolldecke auf den Ledersessel gelegt, damit sie nicht froh. Sie trug jetzt nur noch ihren Unterrock. In einer Hand hielt sie ihr Glas und die andere lag wie zufällig auf ihrer linken Brust. Die Wohnung gegenüber war hell erleuchtet. Kurt war nicht zu sehen. Er stand wohl noch in der Küche, wo er sich etwas zu essen zurechtmachte. Gleich würde er ins Zimmer treten mit seinem Brot und seiner Bierdose. Er würde sich aufs Sofa setzen und eventuell den Fernseher einschalten, aber nicht unbedingt. Er saß ihr direkt gegenüber. Wenn sie das Opernglas richtig einstellte, war es, als sei er bei ihr in ihrer Wohnung. Sie konnte mit ihm sprechen, ihm berühren. Beinahe. Er saß breitbeinig die Füße weit von sich gestreckt oder auf den kleinen Tisch gelegt. Manchmal als er Zeitung. Dann konnte sie sein Gesicht nicht sehen. Einmal hat er telefoniert und während er sprach gedankenlos eine Hand in sein Unterhemd geschoben und sich die Brust massiert. Dabei hatte er direkt in ihre Augen geschaut und sie war atemlos zurückgewichen, obwohl er sie ja wohl kaum sehen konnte. Oder? Christa wartete nun schon eine ganze Weile. Langsam fröstelte sie in ihrem dünnen Unterrock. Er würde doch nicht etwa in der Küche bleiben, was er wohl so lange machte, an diesem ganz normalen Montagabend. Sie wusste, dass er nicht kochen konnte. Sie erkannte es an seinem ungeduldigen Ausdruck, wenn er sein belegtes Brot anschaute, kurz bevor er hineinbiss. Er musste diese Brote gründlich satt haben. Eines Abends würde sie ihn zum Essen einladen. Hier, an diesem Tisch, würde er sitzen und jeden Bissen genießen. Und dann würde er ihre Hand küssen und sagen, du hast mir neue Welten eröffnet. Sie musste nur den richtigen Zeitpunkt abwarten. Christas Hand krallte sich schmerzhaft in ihre eigene Brust. Kurt hatte das Zimmer betreten. Er trug ein bunt bedrucktes Hemd und frisch gebügelte Hosen. Sie drehte am Opernglas. Tatsächlich, das Preisschild baumelte noch über dem Kragen des Hemdes. Es musste ganz neu sein. Er deckte den runden Tisch in der Ecke. Er zündete Kerzen an. Christa sah an seinen Bewegungen, dass er nervös war. Sie warf das Opernglas weg. Es kollerte geräuschvoll über das glatte Parkett. Sie stand auf und zog einen Pullover über den Unterrock. So war das also. Nach all diesen Abenden, Wochen, Monaten des Wartens. Sie hatte sich nicht aufdrängen wollen. Sie hatte gewartet. Und das hatte sie nun davon. Kurt war nicht besser als alle anderen Männer. Sie wusste schon, warum sie sich nie mit einem von ihnen eingelassen hatte. Christa trank ihr Glas im Stehen aus. Dann ging sie ins Badezimmer. Zähneputzen, Zahnseide und Munddusche nahmen eine gute Viertelstunde in Anspruch und langsam beruhigte sie sich. Sie würde früher ins Bett gehen und besser schlafen. Weniger trinken. Das war alles. Mit methodischen, kreisenden Bewegungen trug sie ihre Nachtcreme auf und bürstete ihr Haar hundertmal gegen den Strich. Sie löschte das Licht. In der Wohnung gegenüber war nun der Tisch gedeckt. Kerzen brannten. Kurt kam gerade aus der Küche. Mit einem erwartungsvollen Lächeln balancierte er eine Platte, auf der ein Braten lag. Ein riesiger Braten, vollkommen ungeeignet für zwei Personen. Mit dem Rücken zu ihr saß der Gast. Eine junge Frau mit burschikosem Haarschnitt und leuchtend roter Bluse. Seltsam, dass sie ihn alleine kochen ließ. Christa hätte das nicht zugelassen. Sie setzte sich auf die Armlehne des Sessels und tastete nach ihrem Glas. Es war leer. Sie schenkte sich noch einmal Wein ein und trank einen Schluck, obwohl er so kurz nach dem Zähneputzen nach nichts schmeckte. Kurt stellte die Platte auf den Tisch, beugte sich über die junge Frau und küsste sie. Christa bückte sich nach dem Opernglas. Die junge Frau stand auf und legte ihre Arme umkurt. Ihre Unterarme waren behaart. Christa stellte das Glas schärfer ein. Na also, es war ein junger Mann, dunklarig, feingliedrig, wunderschön. Christa kuschelte sich in den Sessel zurück. Sie hob ihr Glas und prostete den beiden zu. Sie hatte sich ganz grundlos aufgeregt. Vincent, so würde er heißen, hätte sicher auch bald genug von kurz belegten Broten. Sie würden sich bestimmt freuen, wenn sie sie zum Essen einlud. Genau das würde sie tun. Sie musste nur den richtigen Moment abwarten. bis jetzt. Das war's für den Sessel. Von der Fahne hat nie an 얼마나 sollten Sie nicht. Das war's für den Sessel.